Papa, nun mach schon! Ja! Beeil dich, Papa, ich will zur Schule! Mensch, Greta, du hetzt mich aber, wir haben noch ganz viel Zeit! Ich will nicht die Letzte sein! Du wirst nicht die Letzte, im Gegenteil, so früh wie wir dran sind, bist du die Erste! Ist doch schön, dann hab ich die langste Schule für mich allein! Ich wünsch dir einen tollen ersten Schultag, Greta, und nachher erzählst du mir alles haargenau, ja? Na klar, Mama, ich kann's kaum abwarten! Ich bin dann soweit, komm, Bello, du kommst mit uns! Ich wünsche dir an deinem ersten Schultag ganz viel Spaß, Greta! Danke, Anna! Hm, lecker Müsli! Oh, Heinrich, kannst du mal schnell rangehen, ich hab nasse Hände! Okay, Mama, wenn's sein muss! Hey, Peppi, das ist mein Müsli, gehst du da wohl weg, du kleiner, frecher Hund! Mach das ja nie, nie wieder! Peppi, Peppi, tsch, 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 tsch! Wer war das dann am Telefon eben? Ach, nur jemand verwählt! Bist du gleich fertig, Heinrich? Wir müssen gleich los! Ja, ich esse schnell mein Müsli! Ist gut! Peppi, zieh doch nicht so! Hey, Greta! Hallo, Heinrich! Hallo, Peppi, du bist ja auch dabei! Ich bin so aufgeregt! Ich auch! Ich wünsche dir viel Spaß, Greta! Bis nachher! Ja, tschüss, Papa! Tschüss, Peppi, bis später! Tschüss, Heinrich! Und du bist bitte auch artig, ja? Tschüss, Mama! Natürlich bin ich artig! Guten Morgen, Kinder! Guten Morgen, Frau Zackenzahn! Na, wie geht es euch? Habt ihr alle schön eure Einschulung gefeiert? Ja, das war toll! Und was war so in euren Zuckertüten drin? Ich hatte eine kleine Puppe drin. Und ich Fußball sammle Karten und Süßigkeiten. Also meine Mutter hat mir ganz viele Süßigkeiten und was zum Spielen reingetan. Also Kinder, ich hab mir was für heute überlegt. Damit ihr unsere Schule kennenlernt und euch hier schnell wohlfühlt, machen wir eine Rallye durch die Schule. Und eure Patenkinder werden euch dabei helfen. Paten, ihr dürft reinkommen! Hallo! Das sind eure Paten, Lara und Freddy. Die könnt ihr jederzeit um Hilfe bitten, wenn ihr irgendetwas nicht findet oder etwas braucht. Sie sind immer für euch da. Genauso wie ich und alle anderen Lehrer in unserer Schule. Dann dürft ihr jetzt mit der Rallye beginnen. Hier stehen die Aufgaben drauf. Also los! Erste Station. Geht zu Frau Lutz. Sie hat eine Überraschung für euch. Zeichnet diese Überraschung. Wer ist denn Frau Lutz? Frau Lutz ist unsere Sekretärin. Wir zeigen euch den Weg dorthin. Bevor die Kinder kommen, gehe ich nochmal schnell auf Toilette. Hallo Frau Lutz! Oh, sie ist wohl gerade nicht da. Was ist denn hier passiert? Hä? Wieso herrscht denn hier so ein Chaos? Vielleicht waren hier Einbrecher. Ach, so ein Quatsch. Wahrscheinlich hat Frau Lutz eilig irgendwas gesucht. Kommt, helfen wir mal mit. Wir bringen das schnell in Ordnung. Fertig! Ach, hallo Kinder. Ihr seid ja schon da. Also, das ist Frau Lutz. Frau Lutz hat hier viele wichtige Aufgaben. Zum Beispiel eure Eltern anzurufen, wenn ihr krank seid. Wenn sich jemand verletzt, gibt Frau Lutz ihm ein Kühlpack oder auch ein Pflaster. Und ich habe eine Überraschung für euch. Hier ist ein Buch für eure Klasse. In den Regenpausen könnt ihr darin lesen. Cool, ein Dinosaurierbuch. Danke, Frau Lutz. Gern geschehen. Viel Spaß damit. Das ist eine voll coole Überraschung. Ja, und die zu zeichnen wird nicht so schwer sein. Okay, die zweite Station ist unser Musikzimmer. Hier ist es. Oh nein, wieso ist denn hier so ein Durcheinander? Das sieht ja hier schlimmer aus als bei mir zu Hause. Also, irgendwas geht hier doch vor. Will uns etwa jemand ärgern? Das hat doch jemand mit Absicht gemacht. Also, eure Aufgabe ist es zu zählen, wie viele Musikinstrumente wir haben. Und dabei können wir sie dann gleichzeitig wegräumen. Eins, zwei. Drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Sechzehn, siebzehn, achtzehn, fertig. Gut gemacht. Dann gehen wir zur nächsten Station. Okay, also die dritte Station. Geht zu dem Hausmeister und findet heraus, wie er heißt. Also, hier ist sein Kiosk. Man kann bei ihm in den Pausen ein Kakao oder ein belegtes Brötchen oder ein Donut kaufen. Aber der Hausmeister ist auch für alle Reparaturen in der Schule zuständig. Aber er ist gerade nicht da. Hm, vielleicht ist er draußen. Ach, wenn ich den erwische, der hier den Müll verteilt hat. So eine Frechheit. Ach, da ist er ja. Hallo, Herr. Äh, ach, jetzt hätte ich mich fast verplappert. Hallo, Kinder. Verraten Sie uns, wie sie heißen? Hm, ich weiß nicht. Wir würden Ihnen auch helfen, den Müll einzusammeln. Das ist ein Deal. Dann holt euch ein paar Besen aus der Kammer. Das ist doch ein Klacks für uns, stimmt's? Na klar. Wir sind fertig. Danke sehr, das war sehr nett von euch. Ich heiße übrigens Herr Heise. Die dritte Aufgabe habt ihr auch gelöst. Nun kommen wir zur vierten und das ist der Spielplatz. Hier ist unser Spielplatz. Es gilt die folgende Regel. In der ersten großen Pause dürfen die Klassen 1 und 2 aufs Klettergerüst. In der zweiten großen Pause dann die Klassen 3 und 4, damit es nicht zu viel Gedränge gibt. Der ist ja toll. Voll der coole Spielplatz. Wow, da kann ich ja die Pausen kaum abwarten. Eure Aufgabe ist es, die Spielgeräte hier zu zählen. Na, das sind fünf. Das ist doch vollkommen klar. Das ging ja schnell. Dürfen wir sie ausprobieren? Na klar dürft ihr. Juhu! Oh, ist mir schwindelig. Los Laura, gib mal Ansprung. Mach ich. Oh nein, ich bin in einen Hundehaufen getreten. Iiii! Hm, das ist aber seltsam. Hier gibt es sonst keine Hunde. Naja, vielleicht war einer hier spazieren. Du kannst deinen Tudor hinten mit einem Stock sauber kratzen. Hm, ein Hundehaufen in der Schule? Wieso habe ich das Gefühl, dass mein Hund etwas damit zu tun hat? Aber das kann ja nicht sein. Er ist doch mit Mama nach Hause gegangen. Lasst uns jetzt zur nächsten Station gehen. Oh nein, seht euch das an. Der langste Müll liegt wieder auf dem Boden. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Den haben wir doch gerade eben eingesammelt. Hier will uns jemand ärgern. Aber wenn uns jemand ärgern will, dann müssen wir rausfinden, wer es ist oder nicht. Ja schon. Und was ist mit der Rallye? Ach, dann verlieren wir sie halt. Ein Detektivspiel ist doch viel spannender. Na gut, lasst es uns versuchen. Hier im Klassenzimmer ist nix. Hm, ich habe auch irgendwie keine heiße Spur gefunden. Ich auch nicht. Hallo, jetzt können wir ihr Zimmer nochmal genau unter die Lupe nehmen. Gehört das auch zur Rallye? Äh, ja, sozusagen. Dann mal los. Hier ist auch wieder nix. Okay, dann weiter. Komm, wir gucken mal im Musikzimmer nach. Hey, ich habe was gefunden. Das sind Haare. Ja, aber von wem? Hm, sieht nicht nach einem Menschen aus. Eher nach einem Tier. Aber was für ein Tier kommt denn hier rein? Keine Ahnung. Vielleicht sollten wir draußen nochmal schauen. Okay, wer könnte denn diesen Mülleimer umkippen? Na, die Schüler sind alle im Unterricht. Die können es natürlich nicht sein. Vielleicht auch ein Eichhörnchen. Hm, aber das Eichhörnchen kommt doch nicht in die Schule rein. Stimmt. Dann lasst uns drinnen nochmal gucken. Hey, da hinten sind Spuren. Was? Ja, wirklich. Den müssen wir folgen. Vielleicht finden wir den Täter. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Peppi? Doch nicht du. Nein, Peppi, das kann jetzt wohl nicht dein Ernst sein. Du warst das? Hast du etwa das ganze Chaos in der Schule angerichtet? Oh Mann, wie hast du denn die Türen aufbekommen? Musik 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 Na Bello, wer hätte denn das gedacht, dass Peppi der Täter ist? Da wärst du auch nicht drauf gekommen, oder? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hat es euch gefallen, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und vergesst uns nicht kostenlos zu abonnieren. Ihr könnt uns gerne auch bei Instagram abonnieren, da heißen wir Familie-Jansen. Also bis nächste Woche. Tschüss.